Die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William soll schon lange am Tiefpunkt angekommen sein. Ein Streitpunkt zwischen den Brüdern soll dabei Meghans Hochzeitsschmuck sein. Prinz William, 42, und Prinz Harry, 39, sind bereits seit Jahren zerstritten und machen da auch keinen Hehl draus. Vor allem der jüngere Bruder macht dem Thronfolger in diversen TV-Interviews oder auch in seinen Mim waren immer wieder schwere Vorwürfe. Prinz William soll von Anfang an skeptisch gegenüber Meghan gewesen sein. Neue Enthüllungen im Bruderstreit der britischen Prinzen William und Harry zeigen, dass der Konflikt viel früher begonnen haben soll, als bisher angenommen. Nach einer neuen Biografie mit dem Titel Kesschen, The Princess of Wales von Royal Experte Robert Jobson, Die am 6. August veröffentlicht wird, soll sich die Beziehungen zwischen den Brüdern bereits vor Harrys Hochzeit mit Meghan im Jahr 2018 verschlechtert haben, und nicht erst in den Jahren danach. Das berichtet Bild.de Jobson erklärt, dass William von Anfang an skeptisch gegenüber der Beziehung seines Bruders zu der US-Schauspielerin gewesen und seine Bedenken in der königlichen Familie zum Ausdruck gebracht haben soll, was an Harry nicht spurlos vorbeiging. Prinz William bett darum, dass Meghan keinen Schmuck von Diana trägt. Und so soll es zu einem Juwelenstreit gekommen sein, William habe laut Jobson die Königin darum gebeten, dass Harrys baldige Frau keinen Schmuck von Prinzessin deiner 36 tragen dürfte, obwohl seine eigene Frau dieser Schmuck erlaubt wurde. Als Prinz William als Trauzeuge bestätigt wurde, hatte sich die Beziehung der Brüder bereits verschlechtert. Ich habe mir sagen lassen, dass er von der Königin die Zusicherung erbart, dass Harrys Braut keinen Schmuck von Prinzessin deiner tragen würde, obwohl seine eigene Frau ihn tragen durfte, schreibt Jobson in seinem Buch. Prinz Harry und Herzogin Meghan, königliche Hochzeit unter Spannung Und tatsächlich, Meghan trug bei ihrer Hochzeit keinen Schmuck von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin deiner. Am Abend allerdings hatte sie einen besonderen Ring von Diana an, den Aquamarine-Ring. Am Tag der Trauung keine Spur der anbahnenden Fede. Die königliche Familie hat alles weggelächelt, obwohl sie privat mit dem Dolch im Anschlag war, schreibt der Reuel-Experte weiter. Am Tag der Trauung